Morgen Leute, ich bin der Danny Rilski und arbeite als Personal Trainer im Harleys Greifenberg. Mein Spezialgebiet liegt beim Athletiktraining, sowie beim Kampfsporttraining in Form von Boxen, Kickboxen und Muay Thai, sowie das funktionelle Training, Muskelaufbau und Gewichtsabnahme. Wenn du ein gewisses Ziel hast, das du erfüllen möchtest, kann ich dir dabei helfen, indem ich dich motiviere, weiterzumachen, den Weg zeige, den wir gemeinsam beschreiten werden und dich immer fordere, dass wir auch wirklich dein Ziel gemeinsam verwirklichen. Klingt's gut? Dann starte jetzt dein Personal Training bei mir. Aha, nochmal.